Ich hau den Hut drauf, aber es ist schon so, dass wir zu kämpfen haben, dass wir es ja mit einem übermächtigen Gegner, würde ich mal sagen, zu tun haben. Ganz knapp, was meinst du denn, was wäre denn für dich ein Lösungsvorschlag, um diesem System einfach ein bisschen Energie entziehen zu können? Ja, wie ich schon gesagt habe, also das Wichtigste, was ich jetzt eigentlich durch meine Aktivität auch jetzt auch im Internet und so erreichen will, ist also ganz konkret Psychologieunterricht an den Schulen. Wenn wir lernen, dass es zum Beispiel im Nahen Osten, dass sie nicht einfach nur dumm oder verrückt sind, sondern dass die Leute in Armut leben, dass Radikalität durch Armut entsteht, wie wir auch in der Weimarer Republik zum Beispiel gesehen haben, Dass wir solche Sachen erstmal verstehen und wenn wir sowas verstehen, dann nehmen wir den Politikern auch die Grundlage dafür, uns aufzuhetzen und das wäre, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt erstmal. Danke und ich hoffe, du kommst wieder.